Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefährdunterricht. Ich freue mich sehr, mal wieder ein Video aufzeichnen zu können. Und zwar geht es um eine sehr einfache und überzeugende Methode, wie man Texte im Erzsprachunterricht stilistisch und formal verbessern kann, auf eine sehr elegante und beeindruckende Art und Weise. Ich habe die Methode nicht selber entdeckt, sondern in diesem Gespräch, das Anna auf Twitter gestartet hat, hat dann Sascha diesen Vorschlag gemacht, gesagt, SchülerInnen würden Texte mit DeepL nach Englisch übersetzen und dann wieder zurück und würden so dann zu fehlerfreien Texten kommen. Ich habe dann einige Klassen gefragt, ob das tatsächlich eine Methode ist, die sie kennen. Ja, ist es, sie kennen die Methode und möchte jetzt zeigen, wie sie funktioniert. Das ist der erste Schritt und dann kurz darüber diskutieren, was es jetzt für den Erzsprachunterricht bedeutet. Die Methode kann vielleicht verglichen werden wie mit einem Taschenrechner. Also lange Zeit musste man im Unterricht viele Rechnungen ausführen und vielleicht auch lernen, schriftliche Rechnungsverfahren anzuwenden, um komplizierte Multiplikationen bewältigen zu können. Und irgendwann wurde dann klar, es gibt so etwas wie Taschenrechner und diese Taschenrechner kann man einsetzen. Und dann muss man sich überlegen, ja, wie setzt man die jetzt im Unterricht so ein, dass der Kompetenzaufbau vernünftig funktioniert, aber trotzdem nicht Dinge gemacht werden, die eigentlich Maschinen erledigen könnten. Also, das ist der Taschenrechner, das ist DeepL. Ich habe das jetzt hier schon geöffnet. Für den Fremdsprachunterricht ist das schon länger eine Diskussion. Wie geht man jetzt damit um, dass SchülerInnen eigentlich Texte fehlerfrei übersetzen können? Für den Fremdsprachunterricht ist das jetzt wie etwas Neues. Man sieht, man kann Dateien übersetzen. Also ich könnte jetzt hier gleich ein ganzes Word-Dokument hochladen. Ich füge jetzt hier einfach einen Text ein, den ich geschrieben habe. Ich habe das jetzt kopiert, damit ich das jetzt nicht vorschreiben muss. Der Text hat Fehler drin. Ihr seht, das ist rot gekennzeichnet, weil ich Language Tools installiert habe. Und das korrigiert meine Texte gleich. Aber ich könnte jetzt auch hier draufklicken und da würde mir Language Tools Vorschläge machen, wie ich das verbessern kann. Das mache ich jetzt aber nicht so, sondern bei SchülerInnen wird das jetzt hier nicht rot markiert werden und gelb. Ich will das nur klar machen, dass es nichts mit DeepL zu tun hat, sondern dass das ein anderes Tool ist, das das macht. Also ich stelle den Text hier rein, ich übersetze ihn nach Englisch, wechsle. Also das ging jetzt schon ein bisschen schnell, ich gehe nochmal zurück. Also ich habe den Text hier eingestellt. Ich mache es mal so. Es wird nach Englisch übersetzt automatisch und jetzt übersetze ich den Text zurück. Also man sieht hier, Text ist kleingeschrieben, Englisch ist falsch. Da steht, so stolpen weniger Fehler über den Weg, das kann man so nicht sagen. Und ich übersetze ihn wieder zurück und habe jetzt meinen deutschen Text. Jetzt sieht man, Text ist gross, ins Englische, also vieles ist geändert. Also auch hier zuerst war, wenn ich das nochmal reinkopiere, was ich da hatte. Da war zum Beispiel auch, dann wird er korrigiert und man kann ihn besser lesen. Neu heisst es und Sie können ihn besser lesen. Also da kommen auch stilistische Korrekturen vor, die DeepL macht über diese Übersetzungsmethode. Und hier habe ich jetzt diesen Schluss mit, dass weniger Fehler über den Weg stolpen werden. Das irritiert mich etwas, dass es jetzt immer noch so ist. Ich hätte gedacht, dass das weggeht. Ich versuche es nochmal. Und zurück. Ja genau, jetzt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Also jetzt ist auch dieses Problem gelöst. Dass auf diese Weise weniger Fehler auftauchen werden, was ja jetzt gutes Deutsch ist. Also in der Regel und dann auch bei längeren Texten funktioniert das problemlos. Also Kommafehler sind weg. Kommas sind eingefügt. Und der Text ist schilistisch auch viel, viel besser. Ich kann diesen Text jetzt nochmal durchlesen. Also steht da noch das drin, was ich eigentlich sagen wollte. Und habe so jetzt einen korrigierten Text, indem ich diese DeepL-Methode so einsetze. Ja, jetzt. Was machen wir damit? Ich habe das hier auch in diesem Blogpost, den ich dann auch da unten verlinken werde, habe ich ein paar Bemerkungen dazu gemacht, was das didaktisch heisst. Man kann sagen, es gibt SchülerInnen, die Mühe damit haben, formal und stilistisch richtige Texte zu schreiben, die aber in Alltagssituationen, in beruflichen Situationen werden Texte schreiben müssen. Und ihnen mitzuteilen, es gibt dieses Werkzeug, denke ich, ist fair, ist sinnvoll. Und das darf und soll man auch in der Schule machen. Was jetzt nicht passieren darf, ist zu sagen, ja, man muss jetzt gar nicht mehr Texte schreiben lernen oder man muss auch diese stilistischen Überlegungen, die es braucht, um Texte zu überarbeiten, um sie zu verbessern, ein Fehlerbewusstsein zu haben, die muss man so gar nicht mehr lernen. Das wäre aus meiner Sicht falsch, weil das natürlich ein Aufbau von Kompetenzen ist, der nicht einfach ersetzt werden kann durch einen Algorithmus, von dem man auch gar nicht genau weiss, wie er funktioniert. Also was jetzt da abläuft, wenn ich jetzt schon nur diesen Knopf drücke und das nochmal zurückübersetzen lasse, also ich kann das ja jetzt natürlich beliebig oft machen und denke, der wird dann vielleicht noch besser. Irgendwann passiert wahrscheinlich nichts mehr. Aber was da im Hintergrund genau abläuft, wer jetzt, welche Entscheidungen dieses Programm aus welchen Gründen trifft, das verstehen wir ja gar nicht. Genauso wie wir auch nicht genau wissen, was in einem Taschenrechner passiert, wenn wir 13 mal 57 mit diesem Taschenrechner ausrechnen. Aber es hilft uns jetzt, dass wir nicht im Kopf uns überlegen müssen, wie würde ich jetzt 13 mal 57, muss ich da jetzt irgendwie 13 mal 60 rechnen, das gibt dann 780 und dann muss ich noch was, 56, 54 muss ich noch abziehen und dann, ja, verstrecke ich mich in so eine Kopfrechnung. Ich würde es wahrscheinlich noch so ein bisschen hinkriegen, aber nicht so sinnvoll und ich kann dann einfach sagen, ja, machen wir mal 13 mal 57 und dann habe ich das 741. So, jetzt haben wir es. Und genauso ist es hier, wenn ich nicht verstehe, was da im Hintergrund abläuft, ist das dann nicht ein Problem, wenn ich genau weiss, wozu ich das mache und welchen Sinn das Ganze hat. Aber es ersetzt natürlich in der Schule nicht den ganzen Schreibprozess, die ganze Schreibdidaktik, sondern es ist etwas, womit man rechnen muss und wo man auch sagen kann, wenn Aufgaben so designt sind, also wenn ich dann SchülerInnen sage, jetzt überarbeiten Sie den Text formal und stilistisch und dann machen Sie diese Dipl-Methode, dann muss ich jetzt nicht enttäuscht sein, sondern das ist dann einfach der effizienteste Weg, diese Aufgabe zu bewältigen, wenn Sie das dürfen und wenn Sie das können. Und ich persönlich habe dann die Haltung, das jetzt nicht zu verbieten, sondern zu überlegen, wie kann man das reflektiert und bewusst einsetzen. Das wäre die Methode gewesen. Ich freue mich, wenn ihr es ausprobiert, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt, wie das funktioniert. Das kann man natürlich mit jeder anderen Ausgangssprache machen, also auch im französischen Unterricht kann man französische Texte nach Englisch übersetzen und wieder zurück und dann schauen, was passiert. Also das ist nicht an Deutsch gebunden, es geht eigentlich jetzt hier, wie ich geschrieben habe, um den Erstsprachunterricht. Danke sehr fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.